Der Herzog von Sussex sagte, er habe versucht, die Spannungen mit seinem Bruder Prinz William und seiner Schwägerin Prinzessin Kate abzubauen, bevor er in die Vereinigten Staaten floh. Prinz Harry gab bekannt, er habe versucht, die Spannungen mit seinem Bruder Prinz William und seiner Schwägerin Prinzessin Kate abzubauen, bevor er mit seiner Frau Meghan Markle in die Vereinigten Staaten floh. In Aus G.E. Grab einem Filmmaterial, das unten zu sehen ist, sagte der Herzog von Sussex, das Treffen mit dem Prinzen und der Prinzessin von Wales sei nicht besonders gut verlaufen. Prinz Harry fügte hinzu, die Auseinandersetzungen mit seinem Bruder seien körperlich geworden und hätten sich mit der Zeit aufgebaut. Es war eine Anhäufung von Frustration auf seiner Seite, sagte Harry. Gleichzeitig konsumierte er viel Boulevardpresse, viele Geschichten und er hatte ein paar Probleme, die nicht auf der Realität beruhten. In dem Clip unten fügte Prinz Harry hinzu, er habe gesehen, wie seine Familie die britische Presse ständig mit Lügen, Unwahrheiten und Fehlinformationen fütterte. Es gibt Lacks, aber es werden auch Geschichten platziert, fügte Harry hinzu. Das Kommunikationsteam möchte eine negative Geschichte über seinen Rektor entfernen können, aber es wird handeln und ihnen etwas über den Rektor eines anderen erzählen. So arbeiten die Büros am Ende gegeneinander. Zu sehen, wie das Büro meines Bruders genau das kopiert, was wir beide versprochen hatten, niemals zu tun, war herzzerreißend. Prinz Harry, 39, kommt zu dem Schluss, dass er die Probleme überwinden kann, wenn ein Gespräch geführt wird und Rechenschaft abgelegt wird. Zuerst muss es ein Gespräch und Rechenschaft geben, und wenn das nicht passiert, ist das sehr traurig. Prinz Harry wird am 15. September 40 Jahre alt und während er sich auf den großen Tag vorbereitet, sprach der Herzog von Sussex über das beste Geschenk, das er je bekommen hat. Der Herzog, der jetzt mit seiner Frau Megan Markele und ihren kleinen Kindern Prinz Archie, 5, und Prinzessin Lilibet, 3, in Montecito, Kalifornien, lebt, sagte, sie seien das beste Geschenk, das er je bekommen habe. In einer kürzlichen Nachricht an People sagte er, das beste Geschenk, das einzige, was mir je geschenkt wurde, sind ohne Zweifel meine Kinder. Ich freue mich, sie jeden Tag aufwachsen zu sehen, und ihr Vater zu sein, bereitet mir unheimliche Freude. Der Herzog wird seinen Geburtstag voraussichtlich mit Megan und ihren Kindern verbringen, gefolgt von einer Feier mit engen Freunden. Der Herzog wird netten. Vielen Dank.